Hallo ihr Lieben, es gibt heute das 39 Wochen Update von Kai. Kai schlaft von Geburt an immer mit seiner Stoffwindel ein, das mag er total gerne. Würde mich voll interessieren, ob das eure Kinder auch so gerne mögen. Da kuschelt er sich so richtig rein und das liebt er auch jetzt noch. Also ohne Windel schlafen geht fast gar nicht. Und wenn ich ihn ins Bett lege, dann er kuschelt sich einfach so richtig rein und genießt das total. Er kämpft noch immer ein wenig mit den Zähnen, also er knabbert sehr viel rum und reibt ordentlich im Mund. Ich war jetzt in der Apotheke und habe eine Pfeilchenwurzel gekauft. Ich weiß, in Deutschland gibt es das in jeder Drogerie. Ich glaube in Österreich gibt es die bei Müller, aber Müller ist bei mir kilometerweit entfernt. Auf jeden Fall war ich in der Apotheke, so sieht es aus. Hat um die 14 Euro gekostet und das darf er laut Beschreibung fünfmal am Tag für zwei Minuten eben lutschen. Und dann soll man es wieder wegnehmen. Ich habe hier so ein Schnullerband von Mom raufgetan, einfach damit es ja irgendwie, damit es irgendwie größer ist und es nicht so leicht verloren geht. Die kann man auch abkochen und ist so ganz hart. Also die ist glaube ich von Popolino in der Apotheke, haben sie die bestellen müssen. Bei Kai funktioniert sie ganz gut, also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Was er diese Woche auch noch ganz stark gemacht hat, er wollte immer alles selbst essen. Also Brei füttern ging fast gar nicht. Ich habe mir dann immer irgendwie was überlegt, was ich ihm kochen könnte. Er hat dann sehr oft Brokkoli gegessen oder auch, es gibt von Hips so kleine Reiswaffeln, die hat er ganz gerne gegessen oder auch mal eine gedünstete Karotte. Also er wollte einfach immer alles selbst angreifen, selbst kauen und selbst in den Mund stecken. Und was er auch macht, er will halt überall dabei sein. Also wenn er im Wohnzimmer ist, ich gehe in die Küche, dann krabbelt er mir nah in die Küche. Dann zieht er sich auch überall auf, also er zieht sich dann bei meinem Hosenbein auf, weil er unbedingt wissen will, was ich mache. Und ja, also er ist einfach überall dabei. Wenn es an der Haustüre läutet und ich hingehe, dann krabbelt er nach wie ein Hund. Also er ist total neugierig, will alles wissen und was bei ihm eben auch ganz auffällig ist, er liebt es zu stehen, also er zieht sich überall auf, er steht überall. Ich lasse ihm da wirklich auch sehr viel Freiraum in der ganzen Wohnung. Also er ist, wir haben zwei Laufgitter. Eines von Rova, das haben wir ja schon gehabt, dass er ein kleines Baby war. Das habe ich immer so als Tagesbett quasi benutzt. Und dann haben wir noch von Haug eines, was man auch so als Absperrgitter verwenden kann. Ich kann euch beide in der Infobox verlinken. Auf jeden Fall ist es so, dass ich ihn da nur sehr selten drinnen lasse, weil er das auch gar nicht mehr so gerne mag. Also er braucht wirklich sehr viel Freiraum. Ich finde aber Laufgitter immer super praktisch, wenn man einfach mal kurz, ja, wenn ich kurz in den Keller gehen muss oder sonstiges einfach, weil man weiß, da ist er sicher und da kann einfach nichts passieren. Was ist das denn schon? Was ist das denn schon? Was ist das denn schon? Was machst du denn? Was machst du denn? Das war auch das Aufregendste, also dass er wirklich die Woche sehr entdeckungslustig ist. Ansonsten hat sich die Woche gar nicht so extrem viel getan, deshalb auch dieses kurze Update. Ich hoffe, ihr freut euch trotzdem und ich sage danke fürs Zusehen. Bis bald, tschüss! Bis bald, tschüss! Bis bald, tschüss! Tschüss! Tschüss!